Macht sie alle fertig. Herzlich willkommen zu einer neuen Runde COD und diesmal spielen wir alle gegeneinander. Also unser eigenes Team da, der Server von COD wirklich am Abnudeln war. Und heute haben wir gesagt, wir machen heute mal so eine Partie, ein privates Match, alle gegen alle hier auf der Map Terrence. Und es sieht schon richtig heftig aus. Mit dabei ist der Leno, der Bronze, der Curry, Major und meine Wenigkeit. Und hier wird sich jetzt zeigen, wer wirklich der, ja nicht so groß ist, aber wer es drauf hat hier bei COD oder wer nicht. Ich wollte es auf jeden Fall nicht. Und dann habe ich mich im Hintergrund mit einem Sniper wegzuholen. Warum immer das war, der Sniper hier oben. Ernsthaft? Na klar, Junge, der Sniper jetzt. Komm her. Ja, was war das denn, Leno? Nee, Leno, Alter. Am besten ist bei der Anmoderation. Ich dachte, wir chillen noch so ein bisschen, der Major schießt wie zu da. Ich soll gar nicht. Die wollen es aber wissen hier, die Jungs. Ich wollte die Stamtex an den Kopf werfen. Ich wollte die Stamtex an den Kopf werfen. Scheiße, da war ich jetzt abgelenkt, weil ich mich so gefreut habe. Und dann kam schon wieder der nächste Abstand um die Ecke. Ja. In jedem Fall, vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Tut uns leid, wirklich. Die erste Folge mussten wir ja so zusammenschneiden, zusammenschustern, weil das war ja teilweise ein Desaster. Und jetzt haben wir uns gesagt, weil die Online-Server so nicht tragbar sind, dass wir hier spielen können, machen wir jetzt eine... Ach, schade, ich dachte, ich springe dich noch weg. Machen wir jetzt eine Singleplayer-Session hier, beziehungsweise eine Session unter uns. Oh Mann, Alter, der Leno ist wirklich ein Bastard, Alter. Ja, und wenn ich Leute hier bereidigte, muss ich natürlich nochmal sagen, tut mir leid, ja. Ich meine das auch alles ernst. Ja, so ist das. Also, es ist jetzt momentan echt immer noch ein bisschen Katastrophen-ähnlich hier, was hier online passiert. Ja, also momentan. Ich habe erst gedacht, das liegt an meinem PC. Das gibt es doch gar nicht, Alter. War dann beim Major auch der Fall. Oder am Fraps lag das. Aber es soll uns natürlich nicht lumpen. Dass wir euch ein bisschen... Ey, wie kann das Ding sein, Alter? Was hast du denn für eine Waffe... Meine Elite-Waffe, die ist die Beste. Ja, wahrscheinlich. Ich bin von hinten, ey. Find's geil von hinten, wa? Axel oder Bronze? Alter, wer war das, der mich gerade gekillt hat? Ich nicht. Nein! Du siehst es, Lennow, du warst das. Was bist du... Ey, der neue Camper ist Lennow. Was? Ich bin da um die Ecke gewascht. Nein, nein, nein. Du standest in der Ecke, guck mal. Boah, guck in meinem Video. Guck in meinem... Ich habe noch nie so einen Camper, Alter. Ja, Witz. Ich bin der, der am meisten rumrennt. In allem, egal. Das sagt Ernst, Lennow. Meinst du, ich lüge jetzt so hier? Ja, guck doch im Video. Guck im Video. Alter, standest du nicht in der Ecke? Die jetzt so Werbung die ganze Zeit macht. Das ist nicht in der Ecke. Nur Major. Hey, was war das denn, Dennis? Du kleiner Täter. Oh, was ist denn los hier, Leute? Oh, Alter, was ist das denn? Ja, wo hast du den Letzter und sagt erst, geh los. Voll die Railgun hier, Mann. Alter! Das kann nicht sein. Wenn es einen gibt, ey. Ernsthaft. Wenn ich es kämpfe, dann bin ich dann wohl. Alter, aber nein, Lennow, die Szene war mega. Nein, du wirst es sehen. Ich bin um die Ecke gerusht. Dann standst du da. Du hast dich auf irgendeinen anderen konzentriert. Gibt's doch nicht, Mann, ey. Was ist denn hier los? Alter, Bronze, Mann. Die Waffe, die ich habe, macht gar keinen Schaden, ey. Irgendwie. Ich habe ja auch noch nicht meine Waffe entdeckt, aber gut. Ja, ist klar. Ist klar. Oh Mann, ich muss gleich eine... Au. Eine Waffe von euch. Näh, no. Man einfach merkt, wie diese Spiele uns so voll auseinanderreißt. Ach, Quatsch, kann man kein... Ach, Quatsch. Das ist ein Shooter, Mann. Das ist standard. Kann man nicht eine andere Waffe nehmen? Du kannst eine andere Klasse nehmen, ja. Yo! Dennis, warte doch mal! Du solltest da nur von hinten jemanden abschießen. Innen? Oh. Da steht auch ein Schlüssel. Glaub dich. Oder auch Lennow. Ist doch hinter dir. Stand auf dem Schirm, ey. Ja, das war... Du hast mich abgeschossen. Toch, Leute, ey. Toch, Leute. Toch, Leute. Toch, Leute, ey. Willst du überhaupt mal da oben? Alter, Bronson, was hast du für eine Waffe? Keine Ahnung. Nee, Dennis, ey, willst du mich verarschen? Warum springst du an mich vorbei, Curry? Hä? Ich hab dich nicht gesehen. EPM oder so. So. Hast du mich abgeknallt, du Penner? Nein. Okay, vielleicht. Ich seh euch nur nicht genug, Mann. Du seid ihr immer. Mach die Döppen mal auf, Junge. Was ist das denn? Oh, Leute, ey. Hör mal auf mit dem scheiß... Da hab ich einmal was im Visier hier und er kommt dann wieder um die Ecke gejammt. Spielt ihr mit der Laserwaffe? Sag nicht ernsthaft, das Spiel mit der Laserwaffe. Ja, Mann. Laserwaffe ist geil. Ey, ernsthaft, Dennis, Dennis, ernsthaft? Nur ich, oder was? Wie die ganze Zeit... Ich verstand es halt Nummer 1 von mir irgendwie. Dabei will ich das gar nicht so. Aber er ist irgendwie da. Komm her, Mann. Nee, willst du mich verarschen? Wer hat denn da jetzt so durchfällt? Wer rennt da weg? Wer war das denn, der hochgerannt, der weggerannt ist, Alter? Ja, direkt gegen Zweigenschweine hier. Legt mich. So, Lennu, Alter. Ernsthaft, Mann, ey. Ja, einmal bitte. Wer kämpft denn da wieder? Wer ist das? Wer ist da gerade weggelaufen? Wer ist das hier? Ich, Mann, Alter, du Penner. Ich hab null Kills, was ist da los, Mann? Es ist der erste Mann! Ihr müsst mal in die Kommentare schreiben, ob ihr meint, dass der Brunze... Ey, Brunze hat 0-0, Alter. Nee, das ist der Major, Mann! Bam, Alter, weggerhauen! Der war ein nice Brunze. Der war ein nice Brunze. Oh, ey. 2-0 Kills, Alter. Seht der da auf dem Tisch, der Kö... Ach, jetzt, wie wir das erzählen, ich hab ihn gecampt, oder was? Mittell auf der Bar, oder was? Nimm mal die Zähne rein, du Drecksacker, Alter, ey. Die hab ich draußen. Curry, sag mal Online-Sitzung. Dennis. Boah. Was? 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 Du willst mich doch verarschen. Alter, wie sch... Wie schlecht sagt der... Der will... Du bist doch... Alter. Alter Curry, ich steck deine Socken hin. Der kriegt gleich ein Kind, oder? Was denn? Ich steck deine Socken hin. Was denn? Was? Bronze, Alter. Double kill, yo. Double kill, yo. Bronzer Speck, Mann. Ohne Scheiß. Ich weiß, da ist ein Aim-Bot an oder so. Jo, Bronzer Speck, hab ich gemerkt. 4-12, Bronzer Speck, so weißt du. Nee, lass mich doch mal nachladen, Mann. Das kann doch nicht so sein. Kenn ich. Oh, jetzt schreib ich in den Chat. Ihr werdet noch sehen, Mann. Ihr werdet noch sehen. Das war unsere Socken. Was hat der mit seinem Socken? Hat der mit dem Fetisch, äh? Alter, wer war das denn? Der Curry... Der Curry wird ja... Der Curry wird ja... Der Curry wird ja... Voll die Profis, Alter. Lass mal ESL spielen, ey. Redaktion, wir waren dann outline jetzt nicht... Ach, wer wer war das? Ja, ich war doch... Das ist, was... Das ist klar. Was! Was? Das kann doch gar nicht sein, Alter. Da haben wir skaliert, Alain. Ich komm hier, Alter. Ey, hm... Was? 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 Oh Alter, alles gut, du bist unten Dennis, ey, die Sau Was? Aldo, Aldo, Mist, Sau, ey Lennu Machst du gerade Deepthrow oder was da los, Alter? Lennu I'm being in order online Komm ich da ruf, dann Oh Das war Cheat, Lennu, Lennart an Yo, Lennu, du bist doch die Wix-Geburt, Alter, du bist die richtige Wix-Vorlage, ohne Scheiß Mit deinem Gagamill-Zinken, so, weißt du, Alter, da kannst du... Gibt's doch nicht, Alter Ey, join den jetzt in den Chat, Alter Wir sind doch nicht... Hey, was für'n Channel Asylheimer auf TeamSpeak, jau ab Was für'n Channel, Alter Oh, Taros, wieder der Obercamper Sau im Stadt Wenn sie geht Hier steht immer irgendwo einer rum, ey Ne Hat Bronz jetzt mehr als... Ne Lennu, Alter, willst du mich verarsch? Das kann doch nicht sein, dass ich mich nicht mehr... Komm, Mann Wie, gefällt's doch beim Messern Wie der Bronz Ja, ich genauso Null Chies Ah Ah Was ist da los? Komm hier rein in die Sitzung, wenn du gefistet werden willst, hä? Wenn du sitzen willst Nee, das kann... Ey, Major Komm her, Taros Da, komm her, wo bist du? Sascha Schnauze 101 Sascha Schnauze Curry Gesicht Sascha Tauze Wie der hier campt, Alter, wer war das? Lennu hat gecampt, Lennu saß in der Ecke und hat gecampt Ey, das kann doch nicht sein, Lennu, du bist doch ein richtiges feiges Arschloch Ich hab da grad den Bronz geholt Denno, du warst den Bronz geholt Denno, du warst den Bronz geholt Denno, du warst die ganze Zeit da selben Ort Das Eis kaufen oder was? Am selben Ort, Denno Ich kenn das, Lennu, ich kenn das Capri-Sonne Ja, Taros, du hast das gar nicht gesehen, kannst gar nicht beurteilen, Mann Ja, ich hab das auch voll Du warst da in der Ecke am Campen, das hab ich gesehen Die labern so eine Scheiße, Mann Also bei mir zumindest Ich bin immer noch nicht Ich bin immer noch nicht Saßt du da in der Ecke oder nicht? Nur weil ich für eine Sekunde da saß, weil ich grad den Bronz geholt habe Ey, Dennis hat Wallhack an und hat einfach reingeschossen Ey, wer war das? Wer ist denn die Granate reingerannt? Dennis hat Wallhack an Was für dreckiger Nu bist du denn? Was für dreckiger Nu bist du denn? Was für dreckiger Nu bist du denn? Den Camper sei Ah, Abstauber, der Welcher Abstauber, der Welcher, der dreckige Arschloch Der Dreckige Arschloch Melcher, Melcher Wo hast du denn eine Ausbildung gemacht? In Syrien oder was? Ja Was? Melcher, ernsthaft du keine Mimbo? Mimbo? Mimbo, kennst du nicht? Was? Du hast keine Chance, Mann, ne? Du bist immer direkt tot Wenn man Bronzer heißt Der Bronz 23 Alter, der Bronz ist so süß Ich kann mir genau vorstellen wie das unser Sitzen kann Aber ich bin wieder reingeschossen Und bin ich trotzdem okay Ich dachte ich werde von hinten gemessert, aber Wer sitzt denn da? Wer sitzt denn da? Wer sitzt denn da? Der Mona sitzt da Ach, der Bronz hat kämpft, die alte Schuhe Oh, die Falle Ich seh nur so wie sie sich hinterziehen Als auch auf dem Podsit So was Guck mal hier, Tarros wieder der Obercamper Ist auch am Start Tarros und Leno, weißt du? Die Allianz der Camper ist am Start hier Camper-Allianz Wobei der Bronz ist der ultimative Camper ist Ich gerade rausgefunden hab Wie gesagt, guck bei mir ne Folge Ich guck nur rum Ja, ja, ist gut Leno Ja, mit seinen Guck bei mir ne Folge Nimm dir keine Werbeform Äh, hier, weißt du? Ja, klar Ist klar Leno Ne Ey, leg mich doch Was? Wie wir uns nicht killen können Was? Scheiße, Alter Fuck, man Wie wir uns alle nicht killen können Egal, ich hab nur einen mitgenommen Alter, leg ich der Curry sich eins Mach dir den Hinleger jetzt, oder was? Ja, ich mach den Sascha Du hast aber auch ne Cut-Waffe, Bronz Ach, du bist ein richtiges Er mit seinem Hinlegen immer so Weißt du, wer hat mich da umgebracht? Tarros wieder Ne, das war ich So, jetzt komm ich Baby, Alter Höh Scheiße Scheiße Was war das denn? Was war das denn? Was war das denn? Keine Ahnung, ey Keine Ahnung, ey Keine Ahnung, ey Von dem eskalieren hier, ey Jetzt hab ich nen Turbo-Modus an Dann der Turbo-Modus Es gibt hier so nen Bewegungsschub JAU Hast gesehen? Wen hab ich da gerade abgeknallt? Hab ich Tarros? Ich hab Tarros abgeknallt Er hat mich davor, ja Oh, ich hab Major abgeknallt, ich bin der Killer Hey, wie hast du mich denn gekillt? Boah, war der Boxer nicht gekillt Ja, Alter, ich hab Aim-Bot, man Hä, ich hab schon gekillt Hey, ich bin seit 2 Minuten auf 22 Kills Ich kill ihn seit 2 Minuten gar nicht sehen Hä? Was? Tennis, du hast einfach geschossen Magar Bitches Wo ist Tarros, wo ist Tarros? Wie Scheiße das ist, wie die alle rumlaufen Und dann kann er einfach zu ner Seite kommen und einen killen oder so, weiß Boah, helf ich Ist geil, Mann Wo ist Tarros, wo ist Tarros? Ah Tarros los Ah, Bonds von hinten, weiße Hat nicht gecamt, erklär Ey, wo seid ihr denn immer, Alter? Zu viele. Da hinten ist auch noch einer gewesen. Seht ihr, der Protzen kommt in den Raum. Ey, das kann doch nicht sein, Volk. Ich hab mir das mal voll reingesladet, ey. Scheiße, dass er mal aussieht, ey. Achso, ich bin abgehauen und kam da zurück. Ey, Taurus, du kannst ruhig schon alles einsetzen. Auch dein scheiß System, ey. Also, das gehört jetzt dem Spieler zu. Auch wenn das einen ziemlich aufregt, aber... Muss man ja fairer was sagen. Alter, Mann, wer bist da? Wer bist da, oder? Ich find die Runden, wo wir gegeneinander spielen, eigentlich viel lustiger. Ja, ne? Weißt du, was das Problem ist? Der Unterschied, es läuft. Ey, Bromze. Ja, klar. Du hackst die ganze Zeit? Komm her, du bist da, oder? Ey, der Curry mit seinem Hinlegen, Alter. Hä? Nein, das weiß ich doch gar nicht, Mann. Ich hab mich gerade hingelegt, aber ich hab's nicht gekillt. Ey, ich war da. Hä, Bromze. Läu. Hä, ich seh nichts, ich seh nichts. Aaaah! Alter. Ich war ausgeflippt. Hilfe, 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 ich sterbe! Ah! Ah! Der Major wieder, ey. Ich werd dich umbringen, du Mistratte! Wo, 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 wo? Alter, ich seh nur ba-ba-ba-ba um! Wer ist das? Nee! Ich kann mich entscheiden, Mann. Ich kann mich einfach nicht entscheiden, wenn ich zuerst töten, so. Boah! Das ist doch nicht, ey. Legt er sich wieder hin, ey, die Mistau. Ja, was meint ihr, wenn er hier in dieser Runde das Rennen macht? Schreibt's in die Kommentare. Wer will, wer will, wer will... Oh, Curry-Supple. Ich bestimmt nicht, Alter. Ey! Wer legt sich da hin? Wer legt sich da hin? Wer war das? Komm mal her, Dennis. Bromze hat sich da hingelegt. Wer hat sich da auf die Treppe hingelegt? Scheiße! Say the name. Nice move. Okay, pass auf, pass auf. Wir machen jetzt eine Challenge. Immer, wenn man abgeschossen wird, muss man ein Lied anstimmen. Was? Ja? Doch, das ist lustig, komm. Also immer, wenn man... Ja, Mann, genau, ey. Guck, genau. Okay, immer, wenn du abgeschneppt wirst, musst du ihm was singen. Aber du darfst nicht immer das Gleiche singen. Boah, dann singen wir einfach mal. Ich kann nicht die ganze Zeit jetzt singen, Alter. Close your eyes! Also genau, wie die dann Stimmen mit ein. Ne, einfach, einfach... Ne, was war das denn? Oh, fuck! Oh, Alter! Scheiße! Alle, ich bin klar! Ich bin Töter! Ich bin der Königstöter! Ich bin der Königstöter! Geil, geil, drei Kills! Oh, Mist! Das klingt ein Kind, ey! Ja, ey, du wirst singen, Leute! Was ist da los? Boah, ne! Ne! Vier, vier Kills! Alter Gott, gib mir Kraft! Aber wieder rausgeflogen, geil! Denn du wirst nicht, was wir tun! Das gibt's noch nicht! Ja, egal. Reiß auf! Das kann doch gar nicht sein, ey! Keine Ahnung, was da los ist! Hey, fünf Kills, komm! Fünf Kills, komm! Du hast mich bestimmt nicht vom Bonze killen erzählt! Ja, aber was für ne Scheiße! Wen hab ich denn da jetzt gerade? Ja, Baby! Para, para, paradise! Oh! Okay! Ja, das gibt's ja auch noch! Ruhe, wahn! Ruhe, wahn! Ruhe, wahn! Das war Ruhe! One, two, three, four! Five days! What's in the lifetime! Okay! Wer ist da weggejumpft wie so ne feige Muschi? Ich! Alter, das war grad echt Adrenalin pur, man! Fünf Kills hintereinander, ey! Habt ihr das gesehen, Leute? Ich hab' in der Zeit überschreiten! Ich kill' alles in der Luft! Ich kill' alles in der Luft! Ich bin wieder rausgeflogen! Willst du ihm was holen, oder so? Nein! Wie lang geht die Runde? 20 Minuten? Mhm! Fünf Minuten, ne? Komm' jetzt auch hier rein, dann komm' ich, dann hol' ich euch noch auf, 35 Kills! Ich hatte auf jeden Fall 30 Kills grade! Muss man dazu zählen? Ach! Was steht denn noch dahinter? Ich hab' mich so versteckt! Ja! Fuck, ey! Alter, ey! Wie ich mich versteckt hab' jetzt da raus, weißt du! So, da bin ich wieder! Yo, Hotel, yo! Yo! Ey, lass mal'n Club treffen, ey! Biss'n Party machen! Was für Party machen, ey? Poolparty, ey! Wer fliegt denn da weg? Was? Ja, was? Musst du immer killen, oder was? Wenn man dich killt, ist unmöglich, ne? Ohohoho! Ist so! Klar warst du hier! Ist ja so! Scheiße, Mann, ey! Ich hab' gecheatet, ne? Ich hab' dich einmal gekillt, ne? Ist auch so! Man merkt schon Differenzen hier im Spiel! Ach, Quatsch! Also, CD ist wirklich das Einzige Spiel, wo wirklich Atomauslast geht! Doch, doch! Weil du über mich gesprungen bist, auf den Boden gestammt hast und ich dadurch gestorben bin! Darf mich doch mal wundern! Ja, weil das vielleicht einen killt, Mann, weißt du doch! Ja, du hattest aber Glück, ne? Muss man dir aber jetzt mal ehrlich gesagt zugeschenkt! Boah, Alter, du wirst ne Desemptics, Alter! Boah! Boah, Morgz, ganz ruhig, ganz ruhig, wir können über alles reden! Alter, die Desemptics bleibt am Dingschirm, ja, am Sonnenschirm hängen, ey! Ich bin ein Deutscher, weißt du lacht da schon Handtuch drüber, Alter! Oh! Einen Scheiße! Das gibt's doch nicht! Alter, habt ihr die Betäubungsgranate abbekommen? War das geil oder was geil? Keiner hat die abbekommen, aber okay, war geil, Bronze! Nee, ist einfach! Oh, Mann, das gibt's doch nicht, Alter! Leno, du Wichser, ey! Was ist da los? Hör mal auf, die Leute zu beleidigen, Bronze! Okay! Wer war das? Ich? Oh, Alter! Bronze, du weißt, wenn du mich schon mal fragst, ob du hier schlafen darfst, nein! Du willst das auch, Alter! Nein! Fuck you! Oh, nein! Er liegt da? Ja! Ey, wer ist da drin? Wer hat mich gekillt? Ich! Alter, was machst du da oben? Ey, wie machst du das? Das war ich! Hallo, Bronze! Ah, Bronze! Ah! Komm her, Alter! Komm her, Alter! Wer ist da? Wer ist da? Taros! Der hat uns den Taros-Hosen anrechnet, der haut nicht ab! Er hat sich den Kampf gestellten, muss ich echt sagen! Curry auch grad, ey! Was'n Battle, Alter! Was'n episches Battle, Mann! Mit Curry-Gott! Hier brenn' ich immer irgendwo anders rum so, wo ihr gar nicht sein wollt? Was, du brennst? Ich bin auch verstanden, ob er woanders brennt! Oh! Ob's brennt! War das denn, Leute? Keine Ahnung, Mann! Ja, die Runde ist in drei Minuten Ende! Also Leute, eure Tipps in die Kommentare hier! Mit C.O.D. So durch die Tür gerollt kommen! Lass sie mich killen! Und wie gefällt euch dieses Display so? Also ich find Privatspiel macht viel mehr Laune, Mann! Ja! Also gegeneinander ist echt happy, ist echt fun, ey! Aber online ist echt Rage-Mode! Ist happy! Happy! Boah, ich hab mich selber geblendet, ey! Ich hab mich selber geblendet! Übrigens könnte dieses Display, muss ich auch noch sagen, beim... Was'n da? Beim Bronze, beim Curry, beim Leno und beim Taros wahrscheinlich vielleicht auch... Weiß ich nicht! Ab der nächsten Folge! Okay, dann nicht! Sehen! Okay, beim Taros gibt man die ganzen Wall-Age! Yes! Yes! Oh Mist, da hat er mich noch gekriegt! Ja, ist auf jeden Fall ganz cool hier! Aber wenn man sich eingespielt hat, dann macht das mega Laune! Ja, das macht Spaß! Wir müssen das dann mal so einführen, dass der Letzte immer in der Partie, also Curry da, der immer rausfliegt, der muss dann irgendwas Peinlichs machen. Zum Beispiel... Irgendwie was... Oh, ist abgestürzt! Ja! Bin auch rausgeflogen, was ist das denn? Ja! Auch online-Dien-Servett, ne? Ja, ja! Naja, das ist alles Müll hier! Was ist das denn, bitte? Ja, Falsche Richtung! Ja! Das ist ein geile Puh hier! Am Bronzer, da hast du aber schon mal hier, ne? Bicken-Willi markiert! Ja, da habe ich dich gerade geblendet! Oh! Surprise! Das war gut, ey! Das war gut, oder? Ja, du musst es mehrmals probieren, Saschan! Geht's wieder! Boah! Surprise! Was lustig ist, am Release liegt das Spiel besser als danach! Ja! Ja, ja! Surprise! Ah, fuck, Alter! Ja, ist auf jeden Fall ganz cool! Boah, von beiden Seiten, ey! So ein Map ist doch okay, eigentlich! Ja, du darfst, wenn du alleine spielst, mit nicht so allzu vielen Leuten nicht so eine große Map nehmen! Nein! Boah, Alter! Was war das denn, ey? Komm! Der war schon nice! Ich bin dem Curry hinterher gesprungen und habe den dann weggeboxt, Alter! Ja, Mann! Das machst du immer so! Die steckt immer noch drin, die Faust! Boah! Nein, Mann! Ich wusste jetzt nicht, ob ich unten oder oben schließen soll! Boah, was war das für ein Megakill, Mann! Der sah richtig sexy aus! Aber diese Folge könnt ihr tatsächlich sogar in 60 FPS bei mir auf dem Channel gucken! Bei mir auch! Oh! Surprise! Alter, was ist denn da los? Was war das denn? Alter! Curry, du bist der Camper, Alter! Hä, der Camper? Ich bin dir hinterher gerutscht, Mann! Der Curry ist hinterher gerutscht, das sah so lustig aus, ey! Das habe ich gerade noch gesehen beim Dennis! Okay, okay, sorry, sorry! Ich bin der hinterher gerutscht, Alter! Ich sehe in meinem peripären Blickwinkel so... Boah! Bonkse, Alter! Du die Sau! Curry, wegkauern! Bonkse, Alter! Bonkse! Bonkse, der alter Bonkse! Alter, pack dir erstmal die fette Shotgun aus, der Tyros, ey! Alter, wo seid ihr? Voll der Hodensack! Okay, mit zweiten Platz kann ich leben! Lenno hat echt gut gespielt, muss man echt sagen! Naja, klar! Lenno sheetet ja auch! Nein! Alles doch! Das saubere Ding! Alter, ich will nochmal spielen! Wo? Ja, da gibt es ja bald eine Folge! Ja! Die nächste Folge ist immer morgen! Macht einen Daumen hoch, wenn euch diese privaten Folgen gefallen! Ich finde es echt geiler als den Online-Modus! Du hast mega Laune! Dennis, was suchst du da? Deine Mutter! Guck mal, wie der Major und ich uns jetzt in die Augen gucken! Okay! Super! Ich wäre normalerweise von Dennis gewesen, weil ich mehr gehabt hätte! Ja, bis zur nächsten Folge von COD! Wir sehen uns, ciao! Habt schon da! Alles Gute, liebe Leute! Ciao, ciao! Tschüss, Curry! Dennis ist scheiße! Daumen hoch, wenn euch die Folge gefallen hat! Ciao, ciao! Tschüss! Dann noch kein Tschüss!